Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er auf den Riesen zu. Auweia, heute sind alle richtig sauer auf Frau Krampe, aber so richtig. Ja toll und Kiki soll das jetzt lösen, nur weil sie Klassensprecherin ist. Die Arme. Wollt ihr wissen, warum sich alle so aufregen? Nur Mut. Eine Gruppe aufgeregter Kinder verlässt den Schulhof. Kiki und Timo mittendrin. Das ist total unfair, ruft Nils. Ich gehe nie wieder zur Schule, behauptet Jana. Du bist Klassensprecherin, Kiki. Du musst was machen, meint Jan. Plötzlich schauen alle Kiki an. Du musst mit Frau Krampe sprechen, Josie nickt. Ich weiß nicht, seufzt Kiki. Oh, hätte sie sich bloß nie wählen lassen. Frau Krampe ist die neue Mathelehrerin. Sie gibt den Kindern sehr viele Hausaufgaben auf. Heute wieder eine ganze Seite. Kiki braucht über eine Stunde, bis sie fertig ist. Es muss etwas passieren. Lieber Gott, bitte hilf mir, was zu sagen, betet Kiki. Doch zu Beginn der nächsten Mathe-Stunde wimmelt Frau Krampe Kiki ab. Wir haben genug zu tun. Nachher kannst du mir sagen, was du auf dem Herzen hast. Nach der Mathe-Stunde scheucht Frau Krampe die Klasse auf den Schulhof. Kikis Mund ist ganz trocken. Frau Krampe guckt sie ungeduldig an. Schieß los, Kiki, ich habe noch eine Menge zu tun. Kiki fühlt sich klein. Aber dann macht sie noch einen Schritt vor. Und dann sprudelt es aus ihr heraus. Sie geben uns zu viele Hausaufgaben auf. Im Unterricht haben sie kaum Zeit, unsere Fragen zu beantworten. Sie haben immer so viel zu tun. Aber wir auch. Ihr braucht die Übung, sagt Frau Krampe fest. Aber mehr als eine Stunde jeden Nachmittag ist zu viel. Frau Höchst hat uns nie so viel aufgegeben, kontert Kiki. Als die Kinder am nächsten Tag Mathe haben, nimmt sich Frau Krampe mehr Zeit für Erklärungen. Und am Ende der Stunde sagt sie, ich glaube, ihr braucht heute mal eine Hausaufgabenpause. Und morgen, fragt Kiki skeptisch. Nicht mehr so viel, verspricht Frau Krampe. Nur wenn ich merke, dass ihr zusätzlich Übung braucht, gibt es wieder mehr. Kiki lächelt begeistert. David kämpfte gegen einen Riesen. Er gewann nicht, weil er stärker war. Er gewann, weil er wusste, dass es richtig war, dem Riesen entgegenzutreten. Und er wusste, dass Gott ihm helfen würde. Nicht Frau Krampe war der Riese in Kikis Fall, sondern ihre Angst vor dem Gespräch. Gott ist immer an unserer Seite, wenn wir gegen Riesen kämpfen. Er will uns mutig machen. Und dann schaffen wir es auch, unangenehme Sachen ruhig und mutig anzusprechen. Bis morgen, ihr Mutigen. Eure Nola. Eure Nola. Eure Nola. G해� cowboy. Musik Dure Nola.